Musik 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 Wer macht er anfang? Gott, ich kann er machen Äh, nein, ich kann er noch machen Nein, ich kann nie anfangen Äh Äh Ich kann es ja schon machen Nein, ich kann nicht anfangen Ich kann es ja schon machen Jaaaa Jetzt geht eine tolle Idee Das ist eine Gesundheit Halt mal Ja, dann fahr mal Kann ich einfach so anfangen? Nein, dann musst du irgendwann auch sagen Also im Moment sind wir ja ruhig Wenn du plötzlich kommst Jaaaa Nao Wir sind hier am spiel Ne for De Zwei Dann wissen wir das angefangen hat Von dem her Aber dann bist du spät mit dem Startdrücken Dann gehörst du so Heeee Hehehe Also, also, also. sind ihr bereit? Ja, ja Ich bin ja schon am Aufnehmen von dem her Jaaaaaa Jetzt Ruhe Also, dann fang an Also 3, 2, 1 Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Left 4 Dead 2 So kann man doch nicht ernst nehmen Der Teil 3, 2, 1 Also ja, genau, Left 4 Dead 2 Mit dem Xfire und dem XXACZRXX Let's start Let's do that shit Und mit dem Hobbit Oh yeah Und mit dem Nick Und wir machen Ich gehe auf Normal Und zwar Swap Viva Oh Der Tod bringt die Heilung Unser Team besteht aus Das Gott Also der Hobbit Der XXACZR Der Fire und Alice Was aus einem geistigen Behinderten An einem maximal gepigmentierten Eine Frau und einem mächtigen Mafiaboss Genau so Wunderbares Team Das A Team Ein Team hat jetzt aber keine Frau Ein Team mit einer Frau Ist jetzt ein ganzes Witz dran Uh, Kamera Ah Pasch Wow Freaky Out of gas Stay out Nick What the hell You shot the pilot Well he wasn't doing a very good job Once he became a zombie Now was he True, true He was a zombie But he was also our own Oh das ist wirklich besser Mein Freund Zombie He was a zombie Alice Kann ich die Laterne mitnehmen Bitte Eines einpackt Mitnehmen Also sind wir bereit? Ich habe das Gefühl Hüpp Oh, den haben wir umgefetzt Die Zeitenhöhe Ich habe ein Paddel Nein Was soll jemand mit dem Paddel umschlagen? Ich will jemand mit dem Paddel abschlagen Das macht voll Spass Jungs, wir sind in diese Richtung im Fall Das ist jetzt eigentlich nur so eine Vermutung von mir Aber Währends Paddel habe ich nicht die Hälfte von meinem Bildschirm ausgemacht Ja, jetzt ein Baseball Jetzt ist der Teils schon wieder gegangen Ja, mein Leopard hat den Schatz Ah ja Oh no Gott, nein Das erinnert mich an Dead Island Ja, er bin gefickt Der Teils Wir halten die auf dem Laufenden Ähm Im Moment töten wir Zombies Zombies, 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 Jungs Zombies Ah schon Ich habe gemeint Ich habe gemeint Wir spielen einfach Ich hätte es nie gedacht Also warte, ich schaue Ob ich irgendwie hier Ich würde ein paar abfangen Ich würde ein paar abfangen Ich würde ein paar abfangen Ich habe jetzt mal den Teils eingeladen Ich habe jetzt mal den Teils eingeladen Schaue Kann nicht Das funktioniert Ich werde es machen lassen Bist du noch mal machen lassen? Ja, so kann man so loswerden Ich habe nicht so schlecht User left to a channel Wo ist jetzt der Teils Jetzt hat alles ausgeschaut Ich glaube Ich habe gerade einen kompletten Restart gemacht Das ist bitter Ich mache eigentlich schon besser so Ah Ah Tank 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 Ah Shit Shit Just Ich habe jetzt gedacht Ich hätte es gegen eine Rochelle Oder irgendetwas Ja Ich habe jetzt die Arme Säßig Ich muss Oh Ja Ja Shit Nein Jetzt bin ich schon ein Arsch Fuck Ich bin so weit Ich bin so weit Ich bin so ein Fan Ohne shit Hey Joe Teil 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 Ich bin so weit 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 Healing. Healing. Oh yeah. Okay. Oh, eine Bratpfanne. Ja, hier. Machen wir jetzt einfach weiter, oder? Ja, wir machen weiter. Ich kann ihn später noch einladen, wie es funktioniert. Easy. Das ist kein Problem. Er schiesst mich an, wieder vorne an zu fachen. Wir suchen Spenden für einen Teil. Er braucht einen vernünftigen Computer. Ja, genau. Ihr könnt auf Kickstarter spenden. Let's kickstart Dale's Computer. Oh yeah. Ich weiss noch, da bin ich... Das habe ich mit dem Dale gespielt. Ich habe das richtig verkackt. Ja super, das motiviert mich ja verdammt. Nein, ich habe gemeint, dass es geht. Dann habe ich versucht, aufzukommen, aber dann bin ich ins Wasser gegangen und ersaufen. Ah, also du ersaufst, wenn du ins Wasser gehst. Nein. Hau an. Ich... Ich liebe dich. Sorry, ich habe dich jetzt voll abgeschossen. Ich habe dich voll abgeschossen. Ich habe dich voll für einen Zombie tot. Ich habe dich voll abgeschossen. Oh, der Charger hat Alice verhuddelt. Der Charger hat mich so richtig ins Wasser gespickt. Und ich bin so offen. Ah fuck, du bist ja tot. Und... Ach shit. Das ist nicht so cool. Das hättest du fast so auf Video haben. Jetzt habe ich... Das habe ich geglaubt verpasst. Ja, vielleicht habe ich geglaubt, weil ich auch noch so... So eine Fetzen von dir, die einfach ins Wasser fliegt. Du musst traurige Musik hinterlegen und dann die Zeitlupe abspielen. Ja. Ja, besser sind die, als traurige Musik hinterlegen, wenn du stirbst. Ich habe eine Wichtige, wie du so schön wegspielst. Auf dieses blöde Boot. Komm, steigen drauf! Rochelle ist einfach zu dumm! Jetzt, fahr! Weisst du, das Amüsante ist, wenn der Delphi ist, ist er... Rochelle. Mhm. Ja, jetzt sind wir halt ein Typchen weniger. Ah, jetzt sind wir da wieder ein Typchen mehr. Ja. Ja, ich kann dich retten, du. Ja, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich... Ah, nein, weisst du nicht mehr. Ich habe schnell den Teil eingeladen. Hä? Da habe ich gemeint, das Typchen weniger wollte. Der Teil habe gefällt. Ja, ich habe schnell eingeladen. Das... das sind wir auch. Let's roll. Ah, ich bin dort in der... in der... in der... in der Wohnung. Ja, in der Wohnung. Ja, vor allem in der Wohnung bin ich. Da kann ich. Hallo, 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 hallo. Halt's Hüttel. Ja, mach schnell E auf die Tür und dann und dann und dann und dann. Ist es lustig? Danke. Macht's Lust. Ich habe aber ein paar Schläge. Ich muss eine Waffe suchen, ich muss eine Waffe suchen, ich nehme eine Waffe. Da vorne hat es eine Waffe, vielleicht hat es dort eine Waffe. Ich nehme eine Waffe. Ich nehme eine Bitch. Eine Waffe. Eine Pistole. Das bringt mir nicht viel. Tschüss Rochelle. Gibt es hier eine Chance? Oh, ich habe eine Bitch gefunden. Eine Spitz gefunden. Ich provoziere sie aber nicht. Warte. Nicht so lange ich keine gute Waffe. Wo hat sie die Pumpgun? Sie haben sie jetzt zusammen gesammelt. Gut, sie ist runtergekommen. Sie ist hier oben. Ja, jetzt ist sie wieder oben, sie ist hochgekäppert. Sie gehen mal alle weg im Fall. Geht mal alle weg im Fall. Das ist jetzt mal richtig Country. Seid mir, ich soll dich verarzten. Denke dir mal vielleicht dran. Ja. 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 So fies. Das ganze Spiel ist so fies. Kannst du dich nicht mehr heilen? Warte. Nein, es hat das Mad Kit. Gott. Es hat das Mad Kit. Ja. Nein, es ist schon gut. Nehmen wir jetzt einfach mal die Sniper. Kann ich mit dieser mal zielen? Das sind Rohrbomben. Ja, ich habe eine... Ich habe eine Jar of Puke. Ich habe eine Katze, verdammt. Katze. Kann ich mit dieser mal zielen? Ich habe es sicher mit dem Maustasten. Ah. Also das Maustrad drücken. Ja. Du hast das Brandgeschoss. Nein. Fuck that. Ja. Es bränt dann nur noch alles. Ja, das ist witzig. Ja, dir gefällt es vielleicht. Mich nervt es. Hier sind wir schon gesehen. Hier sind wir anders gesehen. Ja, weisst du, das sind die Hütte von vorher. Und hier ist der Observationspunkt, wo wir rufen sind und dann die Bitch gefunden haben. Ach so. Ja. Und äh... Ja, auf alle. Ah, wir sind falsch gelaufen. Hier ist die Hütte, wo wir die rausgeholt haben. Ja, 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 ja. Ah, vielleicht müssten wir hier durch. Wo durch? Äh, hier sind die Zombies. Oh, der... Ich sehe mich gar nicht mehr. Ah, es bränt. Ja, beim Feuer sind wir. Ja, ja, ich sehe dich. Ich bin eisig. Denn wir brauchen dich, wo sie mehr... Ah, du hast einmal die Dorsche. Da! Jetzt das mal auf die Richtung, oder? Nein. Wo ist das gewesen? Warte! Ja, jetzt gehen wir einfach... Okay, warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Meine Orientierung sind, sagt mir, wir müssen hier durch. Und dann hier vorne... Hier weiterlaufen. Das sagt mir, meine Orientierung sind. Ah, ja. Meine Orientierung sind recht. Warte. Ja, bis hier vorne. Das... Das ist jetzt wirklich super überflüssig gewesen, weisst du das? Das ist jetzt ein Ding, der wegsnipert. Ui. Du musst den wegsniperen. Ähm... Ähm... Ja. Entschuldigung, du musst den wegsniperen. Wir haben einen Headshotge. Ähm... Wir haben einen Headshotge. Tschau. Ich bin brandgefährlich. Ich bin brandgefährlich. Gefährlich, he? Super. Ah, Safe Room. Du siehst, wir brauchen den Teil gar nicht. Nein! Genau, als ich da wäre, ist es wirklich dran. Auch nicht, aber... Nein! Heile. Ich würde noch schnell einen Heddy gegen einen. Wie wäre es mit einem von denen? Oder von denen dort? Nein! Ah, du hast doch kein Heddy gewesen. Ja, vielleicht möchte ich schicken, Kollege. Nur vielleicht. Ich stehe jetzt einfach da vorne. Ah, du Spass, Brems! Ich will schnell schauen. Den lebst du noch? Ich will ihn mal abpoken. Ob es denn noch... ...ohne ich ein Fragezeichen. Aus. Nicht noch. Gründe. Ja, hä? Gseht ihr, wer Twitch-Killer ist? Ja, du bist der Beste im Falle. Ja, du bist. Ja, du bist da aufge-Dest, wer es ist... Ja, du bist so großartig aus.